Sie wollen für eine gute Sache spenden und fragen sich jetzt, wie Sie das steuerlich gelten machen können? Gleich erfahren Sie es. Mein Name ist Dr. Raffel Hörmann und wie immer an meiner Seite Josef Renner. Hallo! So, heute mal aus einer anderen Perspektive, nämlich die Frage, Sie wollen gerne für eine gute Sache spenden und jetzt müssen wir Ihnen mal erklären, worauf Sie achten müssen, damit Sie das auch von Ihrer persönlichen Steuer abziehen können beziehungsweise einen Steuereffekt auslösen. Josef, viele Leute wollen Gutes tun, wollen Projekte unterstützen, wollen meistens Geld geben und fragen sich natürlich, wie man denn jetzt davon auch einen eigenen steuerlichen Vorteil erlangt. nur durchs Geld geben alleine? Ja, offensichtlich nicht. Vielleicht kannst du mal davon berichten, worauf es da ankommt. Ja, einen steuerlichen Vorteil hätte man ja auch gerne, wenn man damit Gutes tut. Da muss man schauen, wenn Sie als Spender Gutes tun wollen und das auch steuerlich gelten machen, schauen Sie als allererstes, wem geben Sie überhaupt das Geld, also die Spende? Das sollte bitte für unseren Fall hier eine gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Körperschaft sein. Das heißt also, wir müssen gucken, mit wem wir es zu tun haben. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie auch den Spendenempfänger, den potenziellen Spendenempfänger fragen. Die haben allesamt entsprechende Bescheinigungen von der Finanzverwaltung, in denen drin steht, dass Sie als gemeinnützig von der Steuer befreit sind. Wenn Sie Bescheid sehen, dann wissen Sie ganz genau, mit wem Sie es zu tun haben. Wenn Sie einfach nur für eine gute Sache Geld geben wollen, ohne dass dahinter eine gemeinnützige Organisation steht, dann können Sie das auch machen, aber Sie werden im Nachhinein keinen Steuervorteil davon bekommen, weil eben der Empfänger Ihnen keine Spendenbescheinigung ausstellen kann. Das gilt übrigens auch dann, wenn Sie gleich ins Ausland spenden. Also wenn Sie ins Ausland spenden in Europa oder gar in eine ganz andere Region. Dann werden Sie für Deutschland regelmäßig keine taugliche Spendenbescheinigung erhalten, sondern eben vielleicht ein Dankeschreiben, aber Sie können es steuerlich im Regelfall nicht gelten machen. Also bitte achten Sie darauf, wem Sie das geben und ob der in Deutschland entsprechend von der Steuer als gemeinnützig anerkannt ist, der Ihnen dann das durch Bescheid auch nachweisen könnte. Wenn wir das erledigt haben, welche Auswirkungen hat denn ein solcher Spendenabzug? Kann ich alles spenden und dann einfach gar keine Steuern mehr zahlen? Geht das überhaupt? Das wäre natürlich optimal. Ob der eine oder andere hätte es wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne, dass man einfach alles abziehen kann und dann gar nicht keine Steuern mehr zahlen muss. So ist es dann doch nicht. Also wenn Sie spenden und schauen, was die Höchstgrenze ist, die ist quasi per Gesetz 20 Prozent des Gesamtbetrags ihrer Einkünfte. Also mehr können Sie quasi pro Jahr nicht abziehen. Die anderen 80 Prozent müssen versteuert werden. Heißt also, der Staat sagt, die persönliche Steuer kann man durch Spenden nicht komplett reduzieren. Und was passiert denn, wenn ich dennoch mehr spende als der Höchstbetrag, der mir in diesem Jahr denn zur Verfügung steht? Verpufft die Spende dann? Das wäre ja schlimm. Also das Schöne ist, es verpufft zum Glück nicht. Es bedeutet aber, dass wir genau darauf schauen müssen, was wir damit in den nächsten Jahren anfangen können. Denn wir können es vortragen. Das bedeutet, das Finanzamt stellt das Ganze fest und dann können wir das die nächsten Jahre weiterverwenden. Also letztendlich geht nichts verloren, nur der Steuereffekt verzögert sich. Ja, ein weiterer Punkt. Für unsere gemeinnützigen Organisationen erklären wir immer, wie wir Spendenbescheinigungen ausstellen. Wie ist es denn für den Spender? Ab wann braucht denn der eine Spendenbescheinigung, damit er diesen Steuereffekt überhaupt nutzen kann? Das ist ja ein wichtiger Punkt, weil man muss da schauen, muss man eine Spendenbescheinigung verlangen oder kann ich ja quasi auch ohne auskommen? Für Sie als Spender bedeutet das, tätigen Sie eine Spende pro einzelner Geldspende von bis zu 300 Euro, brauchen Sie keine Spendenbescheinigung, können Sie es trotzdem in der Steuererklärung angeben und bei sich absetzen. Spenden Sie im Einzelfall mehr als 300 Euro, also 300 Euro und 1 Cent mindestens, dann muss man Ihnen eine Spendenbescheinigung ausstellen und dann müssen Sie bitte darauf bestehen, dass Ihnen eine ausgestellt wird. Das heißt, das Erste ist, Sie überlegen sich, wem Sie das Geld geben, ob der denn auch tatsächlich tauglicher Spendenempfänger ist für den Spendenabzug. Dann überlegen Sie sich, sitzt der in Deutschland oder ist der im Ausland? Lassen Sie auf jeden Fall eine deutsche Spendenbescheinigung geben, wenn Sie mehr als 300 Euro spenden. Jetzt haben Sie das alles bekommen. Wie sieht denn so eine Spendenbescheinigung aus? Das haben wir mal auf der Seite der gemeinnützigen Organisationen für eine dargestellt. Deswegen schauen Sie sich dieses Video an. Da geht es um die Frage, wie eine Spendenbescheinigung aussehen muss und was da drin steht. Dann erkennen Sie auch, worauf Sie als Spender achten müssen. Ich denke, wir sind am Ende dieses Beitrags, Josefs. Ich danke dir wie immer für deine Teilnahme und deine Hinweise aus der Praxis. Wie immer gerne. Für Sie, ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und drücken Sie die Glocke, dann sind Sie immer aktuell, wenn wir neue Inhalte für Sie haben. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017